Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über das Thema Geld mit TikTok verdienen sprechen. Welche Wege gibt es denn eigentlich mit TikTok Einnahmen zu erzielen? Kriegt man zum Beispiel für sehr populäre TikTok Videos Geld? Ich habe zum Beispiel ein Video, das hat fast eine Million Klicks, habe ich dafür irgendeinen Cent tatsächlich bekommen beziehungsweise wie kann man TikTok nutzen, um vielleicht auch andere Dinge aufzubauen? Zum Beispiel um, sag ich jetzt mal, Traffic auf Instagram drauf zu bringen, auf dem YouTube-Kanal drauf zu bringen oder anderswo hinzuschicken. Darum soll es heute hier in diesem Video gehen. Fangen wir mal zuallererst mit der wahrscheinlich spannendsten Frage an. Kriegt man eigentlich Geld für seine TikTok Videos? Ich habe hier so einige Videos, die haben zum Beispiel, das eine Video hat fast eine Million Klicks, dies hier 45.000, 173.000 oder zum Beispiel 26.000, wieder 173.000, 113.000, 73.000 und viele, viele weitere. Wie viel Geld habe ich mit diesen ganzen Videos hier zusammen verdient? Null Euro. Man kriegt kein Geld für seine TikTok Videos. Es gibt zwar diesen Creator Fund, aber man kann zumindest sagen, für 99,99999% der Menschen läuft auf TikTok, was das angeht, absolut gar nichts. Das heißt, ihr kriegt nicht Geld für eure Videos. Ihr könnt mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber soweit ich weiß und ich habe auch viele Videos zum Thema auch selbst online gesehen, weil ich selbst natürlich wissen wollte, ob ich das irgendwie monetarisieren kann. Ich wüsste jetzt nicht, dass eine Person tatsächlich Geld für die TikTok-Videos bekommt. Dann eine weitere Strategie, die viele Leute immer wieder in ihren Videos nennen, ist die Folge, nämlich, dass man einfach einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung reintun sollte. Funktioniert das Ganze eigentlich? Ich habe übrigens nicht nur diesen einen TikTok-Account, ich habe mal ein paar weitere TikTok-Accounts auch gelauncht. Ich denke, einige von euch haben vielleicht auch in den letzten Wochen das mal vielleicht gesehen, weil ich da sehr aktiv war. Ich habe übrigens auch und vielleicht, gut, ich denke mal, die habt ihr vielleicht nicht mitbekommen, weil es nur meine Stimme ist. Ich habe auch mal getestet, ob es zum Beispiel auch funktionieren kann, einfach ohne sich selbst zu zeigen, Videos zu machen und dann zum Beispiel halt Affiliate-Links in die Videobeschreibung reinzutun. Und ich muss euch ehrlich zugeben, bis auf Klicks habe ich keine Einnahme ziehen können und ich habe da einige Videos gehabt mit dem Call-to-Action drin, mit vielen, vielen 100.000 Aufrufen. Übrigens, auch bei diesen Videos hier kann ich euch auch das Ganze beweisen, nämlich, ich hatte in diesen Videos hier, die ich auf meinem Hauptkanal publiziert habe, auch öfter mal Call-to-Action drin. Dann sagt zum Beispiel, geht in die Videobeschreibung, geht in die Beschreibung, in die Profilbeschreibung rein, klickt immer drauf, da ist ein Affiliate-Link und so weiter und so fort. Ich habe ein paar Klicks bekommen, aber selbst solche Videos mit 200.000 Aufrufen, wo ich einen ganz klaren Call-to-Action drin habe, da läuft extrem wenig. Und das Problem ist vor allen Dingen das folgende. An sich natürlich kann auch immer das, was ich jetzt erfahren habe, nicht für mich funktionieren, aber vielleicht für euch funktionieren. Bloß die eine Sache, die immer wieder gesagt wird, ist, pack einfach ein Affiliate-Link dort rein, die Leute werden schon draufgehen und werden kaufen. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass ich das Ganze vielleicht ein bisschen anders sehe, ich sehe das Ganze wie folgt. Kann sicherlich sein, bloß es muss auch wirklich das richtige Produkt sein. Wenn zum Beispiel dieses Produkt sehr generell ist oder zum Beispiel zu einem anderen Thema ist als die Videos, keine Chance. Wenn ihr keine Call-to-Actions in euren Videos habt, werdet ihr noch nicht mal wahrscheinlich Klicks drauf bekommen. Was aber funktionieren kann, ist, wenn das Produkt A extrem günstig ist, das heißt praktisch einfach nur, sage ich mal, ein Produkt, das zum Beispiel unter 10 Euro oder sowas kostet. Das kann sicherlich funktionieren, zum Beispiel mit kostenlosen Büchern. Also ich denke, viele von euch haben vielleicht schon mal ein Video zum Thema gestern gesehen. Es gibt ja alle möglichen kostenlosen Bücher, wo man wirklich sagen kann, okay, du kannst dir das Buch hier kostenlos holen. Und ihr kriegt dann aber selbst auch als Affiliate nochmal eine Provision von 5 Euro für jede Person, die sich das Buch herunterlädt. Ich habe euch übrigens da mal mehrere in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr euch die selbst mal holen möchtet, zum Beispiel dieses hier, Taschenbuch für Gründer ist umsonst. Oder zum Beispiel dieses Buch hier kann ich auch sehr empfehlen, Geld verdienen Internet. Beide habe ich, wie gesagt, mal in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn man sowas zum Beispiel auf TikTok promotet und zum Beispiel sagt, hey, ich habe da ein kostenloses Buch für dich, geh mir meine Videobeschreibung, nicht meine Videobeschreibung, die Profilbeschreibung rein. Sowas kann auf jeden Fall funktionieren, aber auch wirklich nur, wenn man einen klaren Call-to-Action hat. Ansonsten, wenn es jetzt zum Beispiel um teure Produkte geht und glaubt mir, ich habe es ausprobiert. Wenn die Produkte jetzt zum Beispiel 150, 200, 300, 400 Euro oder sowas kosten. Ich muss euch ehrlich zugeben, ich habe damit keine Sales generieren können. Es ist extrem schwer. Günstige Produkte gehen wirklich gut. Teure Produkte, die ein paar hundert Euro kosten, so gut wie unmöglich. Das Einzige, was man noch sehr gut machen kann über TikTok, und das ist die eine Sache, die ich jetzt persönlich so für mich entdeckt habe, ist folgendes, nämlich einfach den Traffic von TikTok anderswo hinzuziehen und dann über diese andere Quelle Sachen zu verkaufen. Zum Beispiel, weil die Leute direkt von TikTok auf einen YouTube-Kanal draufbringen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr viel getan habe, indem ich halt immer wieder in meinen Videos meinen YouTube-Kanal zeige. Zum Beispiel hier, dieses Video hat 51.000 Klicks bekommen. Leon Schottari, mein Kanal, dann zeige ich halt meine Einnahmen und so weiter und so fort. Und sagt natürlich auch, dass die Leute mir auf TikTok oder auf YouTube folgen sollen. Und ich merke dann auch wirklich in meinen Statistiken, dass von so einem 50.000 Aufrufe-Video schätzungsweise vielleicht so 10 bis 20 weitere Abonnenten hinzukommen. Ich sehe jetzt keinen wirklichen Unterschied in den Klickzahlen, aber so 10 bis 20 Abonnenten kommen meistens tatsächlich durch solche Videos rein. Das heißt, das kann auf jeden Fall funktionieren. Übrigens auch für die Leute, die sich vielleicht wundern, was promotest du noch alles so? Ich habe zum Beispiel sehr, sehr oft auch meine eigene Akademie promotet. Ich wüsste nicht, dass je da tatsächlich ein Sale von TikTok drüber reingekommen ist, weil ich jetzt keine Spikes oder irgendwie sowas in meinen Einnahmen so wirklich hatte. Ich habe auch zum Beispiel meine eigenen Coaching-Programme promotet. Ich habe Bücher promotet, die ich geschrieben habe. Ich habe zum Beispiel dieses Flipping-Booklet promotet. Ich habe Kurse promotet. Ich habe Udemy promotet und so weiter und so fort. Und ich habe nie wirklich einen großen Spike gesehen. Ich kann natürlich nicht immer alles tracken. Zum Beispiel kann ich tracken, ob die Leute von TikTok jetzt zwingend tatsächlich auf meinen YouTube-Kanal gekommen sind. Ich sehe es meistens immer nur so an so leichten Spikes, weil man so einen Durchschnitt hat. Und wenn es dann stark über den Durchschnitt abweicht und ich kann das vielleicht matchen mit einer Aktion, die ich an diesem Tag gemacht habe, dann kann ich halt sagen, okay, hier ist vielleicht was passiert. Das könnte halt durchs TikTok-Video reingekommen sein. Also, ich würde vielleicht eher Folgendes tun. Ich würde gar nicht mal so sehr darauf abzielen, sofort über TikTok eine Sale zu generieren. Also dann viele Dinge reinzutun und zu sagen, hey, klick mal da drauf. Sollen eher die Leute auf zum Beispiel Instagram weiterleiten, auf Facebook weiterleiten. Zum Beispiel halt in eine Facebook-Gruppe rein oder halt auf einen YouTube-Kanal oder wo auch immer. Oder zum Beispiel könnte man auch hier eine Lead-Capture machen, dass man also zum Beispiel die Leute für einen Newsletter dergleichen sich einschreiben lässt. Und wenn man dann diese Informationen hat, dass man darüber, also über YouTube, über Instagram, über Facebook, über Newsletter und so weiter und so fort, darüber dann pusht, dass man also versucht, diesen im Englischen würde man sagen Threshold oder diesen ersten Schritt oder diese Verbindung, sag ich jetzt mal, zwischen dir und den potenziellen Kunden so einfach zu machen, wie nur irgendwie möglich. Zum Beispiel, wenn der Kunde sofort auf eine Landingpage geführt wird und er soll dort etwas kaufen, ist vielleicht ein bisschen hart. Also von TikTok sofort auf eine Landingpage und kauft mal was, würde ich im Echtzeit nicht machen. Ich würde es eher so machen, dass ich die Leute halt von TikTok erstmal woanders hinhole, da Vertrauen aufbauen, halt über YouTube, über vielleicht Facebook oder wo auch immer. Und erst wenn sie dann Vertrauen zu mir haben, würde ich ihnen probieren, etwas zu verkaufen. Weil mit diesen Daten, die ihr dadurch generiert, also durch dieses Vorgehen, könnt ihr sehr, sehr viel mehr machen, als einfach nur einen einzigen Verkauf generieren. Und könnt damit natürlich auch den Customer Lifetime Value, den CLV extrem nochmal nach oben korrigieren. Auch gerade, weil ihr dann zum Beispiel E-Mail-Adressen einsammelt, Kontaktdaten habt und so weiter sofort. Auf Facebook könnt ihr Leute einzelne anschreiben, damit kann man sehr, sehr viel mehr machen, meines Erachtens. Nochmal, alles, was ich heute sage, hat für mich persönlich funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert. Kann sicherlich bei euch auch alles anders sein, aber das sind zumindest so meine Erfahrungen. Gut, jetzt vielleicht noch folgende Frage, nämlich, wie glaube ich, wird das in Zukunft sein? Kann man irgendwann mal über TikTok Geld verdienen? Ich muss ehrlich zugeben, wenn das eine amerikanische Plattform wäre, dann würde ich vielleicht sagen, gut, da kann man sicherlich irgendwann mal Geld verdienen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit hier kommt, tatsächlich Geld zu verdienen in Form von zum Beispiel Werbung oder dergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann mal so eine Art Abo-Modell gibt, also dass man zum Beispiel dann einen Creator abonnieren kann, man hat irgendwie eine Paywall oder sowas und kann dann zum Beispiel halt Videos schauen, die vielleicht nicht öffentlich sind. Sowas könnte ich mir vorstellen bei TikTok und ich denke auch mal, sowas wird irgendwann mal kommen. Ich weiß nicht, ob sie derzeit schon daran arbeiten, aber ich glaube nicht, dass TikTok ihr Ad Revenue mit anderen Leuten teilen werden. Ich glaube eher, wenn man dann selbst Reichweite auf TikTok bringt oder die Reichweite nutzt, um etwas über TikTok zu verkaufen, wie halt zum Beispiel eine Mitgliedschaft oder sowas und die Leute bleiben auf TikTok und gehen nicht irgendwo anders hin und TikTok kriegt dann nochmal vielleicht einen 60, 70% Cut oder irgendwie sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass wir wie gesagt einen Cut vom Ad Revenue bekommen. An sich eine Sache, die mir auch aufgefallen ist und das ist wieder auch so eine Sache, die sehr oft gesagt wird, nämlich wenn man sich selbst nicht zeigt, kann man Dinge verkaufen. Ich muss euch ehrlich zugeben, dass ich den größten Erfolg immer gesehen habe, wenn ich mich selbst gezeigt habe. Das gilt übrigens auch hier für YouTube. Ihr könnt natürlich auch Videos machen, in denen ihr euch nicht zeigt und da gibt es auch viele Leute, wo das gut funktioniert. Aber Wachstum, finde ich, kommt auch immer bis zu einem gewissen Grad durch Vertrauen. Weil wenn die Leute dir nicht vertrauen und einfach sich deine Videos angucken und sagen, zu dem habe ich keine Beziehung oder ich kann da einfach keinen Gegenwert bekommen oder ich sehe nichts Persönliches, dann sind die Leute weniger wahrscheinlich zu abonnieren oder weniger wahrscheinlich zu kaufen. Sicherlich wird es viele Leute geben, die abonnieren, aber sie sind weniger wahrscheinlich. Weil ich mich zum Beispiel jeden Tag auf YouTube zeige oder weil ich mich auf TikTok zeige, glaube ich auch, in Kombination natürlich mit Inhalten, dass sie Leute abonnieren. Weil sie halt sehen, okay, das ist eine Person, die ist da, wie gesagt, offen und ehrlich, die zeigt ihr Gesicht, ich verstecke mich nicht. Und dementsprechend ist das eine Person, der man hoffentlich dann auch vertrauen kann. Also auch die Ergebnisse, die ich erzielt habe mit anderen TikTok-Accounts, wo ich dann zum Beispiel halt nicht mich selbst gezeigt habe, waren sehr viel schlechter als alle Videos, die ich gemacht habe oder all die Reichweite, die ich generiert habe mit zum Beispiel dem Leon-Shatari-Account. Ich habe auf den anderen Accounts, wo ich zum Beispiel halt nicht mich gezeigt habe, habe ich nie irgendwie ein Video gehabt, das irgendwie in die 100.000 gegangen ist. Das waren vielleicht mal ein paar hundert, ein paar tausend Aufrufe, aber nicht halt irgendwie jedes Video 33.000, 173.000, da haben wir nur 5.000, 23.000 und so weiter und so fort. Das hat eigentlich nur sehr, 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 sehr selten wirklich funktioniert. Und ich wüsste jetzt nicht mit einem anderen Account, den ich gemacht habe, weil der war zum Thema Geld verdient im Internet, dass ich da überhaupt mal ein Video hatte mit über 100.000 Klicks. Das kam eigentlich bisher nicht vor. Gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber einfach nur so ein paar praktische Tipps mal an euch. Um es vielleicht zusammenzufassen, nehmt einfach die Reichweite von TikTok, schiebt sie woanders hin, baut Vertrauen auf, verkauft dann etwas oder macht praktisch ein Lead Capture, dass ihr also die E-Mails sammelt oder Informationen sammelt über die Person direkt über TikTok. Baut euch eine große Following auf TikTok auf. Es kann gut sein, dass irgendwann mal die Plattform in dem Sinne monetarisiert wird, dass es halt sowas wie eine Mitgliedschaft oder sowas gibt, wo man dann halt, ja, hinter einer Paywall oder sowas posten kann oder die Leute kriegen irgendwie spezielle Feeds oder was auch immer. Also zum Beispiel kriegen die irgendwelche Features, wo die dann in einem Livestream zum Beispiel irgendwie anders kommentieren können oder irgendwelche E-Mails, was auch immer. Da gibt es ja alle möglichen Optionen. Deswegen baut euch sicherlich auch nochmal eure TikTok-Reichwerte auf. Das kann nicht schlecht sein. Und sonst, wenn ihr unbedingt einen Affiliate-Link in eure TikTok-Kanäle einbauen wollt, packt den ruhig in die Profilbeschreibung rein, aber dann halt zu einem Produkt, was recht günstig ist. Ich würde persönlich auch keinesfalls auf die ganzen Kommentare mit einem Link antworten. Zum Beispiel, wenn Leute auf euer Video kommentieren, bitte postet da keine Links rein, weil es kann halt echt sein, dass dann erstmal euer Video geflaggt wird und runtergenommen wird und dass irgendwann auch der komplette Account gelöscht wird, weil halt einfach TikTok das Ganze als Spam sieht. Gut, das war es dann heute hier mal für dieses Thema. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte abonniert diesen Kanal. Wenn ihr mit mir ein persönliches Coaching buchen möchtet, dann schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Danke nochmals. Und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.